Guten Abend Ihnen allen und ein sehr herzliches Willkommen aus der Bucerius Law School. Hier steigt heute Abend die große US-Wahlparty auf Einladung des Generalkonsulats. Wir sprechen also über einen emotionalen und zum Teil ja auch kuriosen Wahlkampf. Wir loten die Chancen der Kandidaten Barack Obama und John McCain von hier aus aus. Wir schalten zu Klaus Kleber nach Washington. Wir sprechen mit dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger, der in New York auf uns wartet. Wir begrüßen die beiden amerikanischen Kabarettisten in Deutschland, Gail Tufts und John Doyle. Ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass Jeffrey Jowett bei uns ist. Er ist Mitglied der Republican Support, also der Republikaner im Ausland. Und Kerstin Plewe hat den Wahlkampf der Demokraten in Amerika verfolgt. Und nicht nur verfolgt, sondern auch selber mitgeholfen. Erst im Team von Hillary Clinton, später dann auch mal bei Barack Obama. Können Sie uns die Faszination Obama so ein bisschen erklären aus der persönlichen Anschauung, die Sie ja hatten? Die Faszination, die kommt bei ihm aus der Person. Und zwar maßgeblich dadurch, dass er unglaublich authentisch wirkt. Wenn man ihm zuhört, wenn man ihn erlebt, wenn man sein Team erlebt, dann hört man immer wieder, dass gesagt wird, er ist nicht wie die anderen Politiker. Er meint, er macht das nicht nur aus Machtgründen, nicht nur weil er ins Weiße Haus will, was man Hillary ja immer so ein bisschen vorgeworfen hat, sondern er will die Welt verändern. Und seine Anhänger glauben, dass sie unterstützen ihn über alle Maßen. Und diese Form von Engagement sieht man selten. In Deutschland sowieso nicht, aber auch in den USA ist es selten. Ich habe es genauso wie Gayle erlebt. Sie sind gehypt. Ganz viele Umfragen sagen, Obama wird diese Wahl gewinnen. Einige sagen sogar, er wird sie ganz deutlich gewinnen. Und trotzdem gibt es immer wieder auch zurückhaltendere Stimmen, die sagen, vielleicht sagen die Leute in diesen Umfragen nicht die Wahrheit, weil sie sich nicht trauen zu bekunden, dass die Hautfarbe doch wichtig ist. Bradley Faktor ist in Anspielung auf den ehemaligen Los Angeles Bürgermeister, der mal Gouverneur von Kalifornien werden wollte. Also ein Dunkelhäutiger, der es da nicht geschafft hat, ist da immer das Schlagwort. Glauben Sie, dass es so einen Effekt auch geben könnte bei dieser Wahl? Ich bin sicher, dass es ihn gibt. Die Frage ist, der Bradley Faktor entstand ja in den 80er Jahren. Die Frage ist, wie stark ist dieser Faktor heute noch? Ist er 5 Prozent, ist er 7 Prozent, ist er 10 Prozent? Aber wie es schon gesagt wurde auch von Herrn Kleber, am Ende entscheidet nur das, was in der Wahlurne passiert und ob die Amerikaner dann wirklich so viel Change wirklich wollen, nicht nur ein Farbing im Weißen Haus zu haben, eine schwarze Familie im Weißen Haus, muss man auch bedenken, das wird sich zeigen. Und wenn ihr mich einmal noch mal ganz kurz, ich muss hier unten mal ran, einmal abtauchen, eieiei, weil das ist ja so gewesen, wann immer man Fernsehen geguckt hat, zuletzt Bilder aus Amerika gesehen hat, dann hat man gedacht, es kann keine anderen Druckerzeugnisse mehr geben, weil in jedem Bild immer diese Dinger zu sehen waren. Change und natürlich andersrum auch Change, wenn man bei der Fanda, also das war Stand for Change, Hope, damit fing das alles an bei Obama und es gab natürlich auch McCain. Also wann immer die Kandidaten auftreten, tausende von diesen, zumindest kommt es einem so vor, tausende von diesen Schildern. Ich selbst habe auch eine E-Mail bekommen, die personalisiert war, die, so viel muss man vorneweg erklären, daherkommt wie eine amerikanische Fernsehsendung vom imaginären Fernsehsender CNNBC, also CNN und NBC gibt es, aber CNN-BC eben nicht. Und so sieht das aus und so wird man dann aufgefordert, ob man will oder nicht, Obama zu wählen. Bei den US-Wahlen wird es immer knapp, aber Dienstag nach war die Nation schockiert. John McCain siegt mit einer Stimme Vorsprung. Wir haben ihm deutlich gezeigt, wie ein Comeback aussieht. Bei vielen wurde der Schock zur Wut, als die New York Times den Namen des Nichtwählers veröffentlicht, der für Obamas Niederlage verantwortlich ist. Über Nacht wurde der Privatmann zum Buhmann der Nation. Die Polizei nahm ihn in Schutzhaft. Verärgerte Bürger demonstrieren. Wir wollten die Wahl rocken, doch Johannes rockte nicht mit. Fünf Stunden habe ich mit meiner kaputten Hüfte in der Schlange gestanden, um zu wählen. Und dieser Riesen-Arch kommt einfach nicht aus dem Bett und verschläft die Wahl. Auch das Ausland reagiert entsetzt, sogar fernab jeder Zivilisation. Wie konnte Johannes das zulassen? Ich habe Angst, dass McCain meine Siegen bombardiert. Der ist doch verrückt. Für eine kleine Minderheit jedoch ist Johannes ein Held. Ich danke dir für deinen Einsatz. Danke für das, was du für die USA getan hast. Der Typ ist ein echter Patriot. Ungleich, wann werfen wir Atombomben auf den Iran? Experten sagen, Samstag zum Lunch. Johannes, dies muss nicht unsere Zukunft sein, wähle Obama am 4. November. Und diese Mail ist vermutlich hunderttausendfach oder millionenfach verschickt worden. Am Ende, im Mail-Account ist es dann so, dass man die personalisieren kann für fünf Freunde und aufgefordert wird, sie weiter zu verteilen. Ist das Internet sozusagen das Wahlkampf-Medium 2008? Das Internet war das große Medium, aber man muss ganz klar den Vorteil hier sehen. Zum einen natürlich der Preis, zum anderen aber die Möglichkeit der perfekten Personalisierung und natürlich Emotionen. Bewegte Bilder, so wie die, haben die Emotionen super verpackt. Und man sieht spannenderweise ein Thema, was hier in Deutschland aus meiner Sicht viel zu wenig adressiert wird, nämlich die Nichtwähler. Man muss sich vergegenwärtigen, die Demokraten haben gut zehn Millionen nicht registrierte Wähler an die Wahlurnen geholt, unter anderem mit solchen Spots. Und Obama hat das unter anderem durch die jungen Menschen und die wieder zum politischen Leben erweckten Nichtwähler geschafft, hier zumindest mal eine große Welle des Erfolgs rein. Wir haben in Deutschland auch 13 Millionen Nichtwähler, um die kümmern sich aber die wenigsten. Sie haben die Kampagnen in Amerika verfolgt, Sie haben dort beobachtet, aber Sie haben auch ein bisschen mitgeholfen. Erst bei Hillary Clinton in der Kampagne. Sie dachten wohl, dass die das Rennen macht bei den Demokraten. Ich war ein großer Fan, ich gebe es zu. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Eine Frau im Weißen Haus ist spannend. Völlig in Ordnung. Und dann bei Barack Obama. Was ist das für eine Stimmung dort im Team? Was sind das für Menschen, die sich bereit erklären, ja größtenteils ohne Bezahlung diesem Mann zur Verfügung zu stehen? Und zwar für politische Zwecke. Also ich war ja in einer beobachtenden, höchstens mal aushelfenden Position. Aber die Beobachtung ist umso spannender, weil die Amerikaner ja in der Kultur ganz, ganz offen sind. Sie teilen alles mit einem, sogar Strategien der Kampagne. Und man wird überall sofort eingebunden, auch als Deutscher. Und die Stimmung war nicht nur enthusiastisch in vielem, eben mit der großen Hoffnung verbunden, dass Obama eben wirklich diesen Weg schafft. Übrigens auch mit Hillary war enorm viel Emotion verbunden. Und ich habe mit vielen, nicht nur Frauen, sondern auch Männern im Team gearbeitet und habe das erlebt, die gesagt haben, Hillary hat History geschrieben als erste Frau potenziell. Und das kennzeichnet die amerikanischen Kampagnen, dass enorm viel Emotion dabei ist. Und das ist etwas, wo wir Deutschen ja immer so ein bisschen hingucken und sagen, naja, das ist ja so ein bisschen wenig Inhalt und ein bisschen sehr inszeniert. Die Emotion ist aber entscheidend, um Menschen zu bewegen, etwas zu tun. Und ich glaube, das ist auch für uns ein spannender Ansatz. Ich glaube, das ist auch für uns ein spannender Ansatz.